Nikola Tesla, berühmter Erfinder, Physiker und Namenspatron für eine Serie schwarzer Veranstaltungen in Cottbus. Regelmäßig veranstaltet das Tesla Project Partys und Konzerte für die schwarze Szene. Das jüngste Event fand unter dem Namen Get Dark am 17. Dezember in La Casa statt. Das war auch der Schauplatz des Abschiedskonzerts der Gruppe Buried Alive. Die Cottbuser Band wurde im Jahr 2000 gegründet. In dieser Zeit haben sie nur ein Album veröffentlicht. Dennoch haben sie sich in der regionalen Szene einen Kultstatus erarbeitet. Zweiter Act an diesem Abend waren I Am R. Die Band ist die Weiterführung des Projekts In My Rosary. Die Karlsruher waren von 1992 bis 2011 aktiv und haben zehn Alben veröffentlicht. I Am R. sollen nun das Erbe der Dark Folk Pioniere weiterführen. Die Aus-Danze Die Aus-Danze Informationen zu zukünftigen Events